Denn die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt erfolgreich wirtschaften können. Und vor diesem Hintergrund hat sich ja auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ein breites Bündnis aus zahlreichen Staaten, Städten und Unternehmen formiert. Und ich will Ihnen nur sagen, dass auch in einem reichen Land, wie wir es sind, darüber natürlich erhebliche Konflikte in der Gesellschaft sind und die müssen wir lösen. Vernünftig lösen, verlässlich lösen. Und deshalb sind das harte Diskussionen. Und deshalb muss von dieser Konferenz die Ernsthaftigkeit als Signal ausgehen, dass wir Paris als Anfang gesehen, aber dass wir wissen, dass die Arbeit damit erst richtig losgegangen ist. Und die täglichen Ereignisse über Katastrophen auf der Welt, gerade im Bereich des Wetters, des Klimas, zeigen uns, wie drängend die Sache ist. Ja. Ja.